hier ist mein Name dann bin ich gespannt aber mach von unten, ich würde erzählen da werde ich nicht so viel sehen und jetzt Nucle-Dohr-Explosion schön mit der Dammbräufe alle Einheiten hierher ich glaube, da fassen wir natürlich so geil aus und das ist ja in vollem Mauser ja, das ist doch gut ja, sagt er ja, schön, dass wir dich auch noch glücklich machen wollen ja, schön, dass wir dich auch noch glücklich machen wollen das ist schön eigentlich, ja ich würde mich per Hand abschalten okay Stadion muss noch weg das sollte ich vielleicht lieber lassen verstanden wir schicken zusätzlich Einheiten zu eurer Position ich finde es irgendwie lustig, muss ich sagen ja viele beschweren sich über Krankheit ich finde es cool ganz ehrlich ich finde es echt easy peasy dass der da mitmacht geil ich gönne es noch ich gönne es jeden viele sind ja hier plus neidig gibt es noch die das ist ja auch ich gönne es jeden ich gönne es jeden so aber ja wir haben noch ein Schild ein Schild und Lautspeiler auf der flucht sicht kontakt sofort wieder herstellen ja krank halt doch mal die frische fand ich lustig wo es hast du weißt es gehört an dem spiel jetzt labert er ja die ganze zeit halte mal die fresse ist hier die polizeistation alle einheiten hierher auch mal den fernstuhl ach nee die schon weg ja wo ist denn schild ich muss ja noch ein schild zu stören finde den rebellen verfolgung aufnehmen leutsprecher ja das ist aber wieder warm ja das ist schön die zentrale das ziel ist immer noch da draußen finde die ich glaube auf der map werden die ziele auch angezeigt falls man mal etwas nicht findet aber nagelt ja ach so ja klar das ist die lege meinst das hier was ich gerade mache ja richtig da habe ich da denke ich auch noch nicht dran wo ist der blaue punkt mit das wahrstellen kein problem das ist das ist das hier unten am strand habe ich den heli auf jeden fall wieder um das nächste gebiet anzukommen so wie ich bin raus er darf nicht ich habe ihn vorhin ich bin zu der turner ich habe gesagt tschüss jetzt kommen die turner zu dem festhalten du bist du bitte zur runden tonne und tschaui hat sich gelöst ein dreckheim und tschüss wo da haben wir vor ich bin vorne von dem dach getroffen das ist mega geil die effekte das ist doch meine geile die zack nicht da war das nicht abziehen ich dachte wir müssen noch ein ding suchen es ist das ist dann gehen wir und wo ist denn die band da darfst du nur weg das wäre ja geil Der kommt nun mal runter. Okay, haben wir nicht mal so eine Teile hier rumstehen. Und wir suchen eine Tonne. Einmal aus dem Luft. Puff. Du hast es ausgesprochen. Hast du auch gemessen? Ja. Letzte Probe, die soll der hier in der Spiegel schon kommen. Äh, hacken müssen wir noch, genau. Hacken und slacken. Witzel. 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 Nein. Das ist wie Popcorn. nur batman schrottländer und hacken wir mal wieder ein stück warte du dahin schnitt funktionieren racha wohl wirst du in die luft haben du kannst dich wieder hacken lass dich nicht mehr schenken lass dich nicht mehr schenken lass dich nicht mehr schenken wenn wir die anderen helfen komm schon mann hacken uns lenken so es geht was geht auch der kunde hier oben feinkontakt alle einheiten zu diesen koordinaten sofort sofort die zentrale anfrage erhalten das gemein die 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 viel zu spät die geile Okay, jetzt müssen wir noch diese Geräte in der Stadt. Da ist noch ein neuer Zuschauer dabei, hallo, herzlich willkommen, willkommen. Oh, der Haley, der Haley, der Haley, der Haley, der Haley, der Haley, das steht noch. Haley Porter, Haley Porter, Haley Porter. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs, ja, hier, hier. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass meine Kids reinkommen, denn die sollen nicht vor die Kamera rauen. Da bin ich strikt dagegen. So, jetzt kommen sie dir auf die Tür. Deaktiviert, deaktiviert. So, okay. Ich muss mal, wie ich mich beeilen darf, noch ein bisschen. Ich komme zu der Jumann, nee. Hm, ist weg. Bist du das umdrauf, oder was? Alle Monitore, die hat hier. Das sind ja wirklich tolle Mini-Games, wa? Hm. Äh, nächster, 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 haben wir schon. Da ist alle. Geht so, wir sind auf die Flagge hissen. Flüsse hacken, äh, Flagge hissen. Don't flag. I'll be back. I'll be back. Don't under the flag. Und Flagge hissen. Und das Land geht hier. Get land. Habikas. Habikas. Cool. So, ähm. Kili Hopper, wo bist du hin? Hm, ich feier an, dass sie befreit sind. Hm, guck mal. Oh. Willst du mich mal auf? Gell, es war wieder angefahren, wo das, ne? Hier ist irgendwas zum Sammeln. Nee, da war nicht. Hallo meine Freunde, es gibt gute Nachrichten. General, die Ravellos Truppen wurden aus dem schönen Städtchen Babica vertrieben. Aber unser Kampf geht weiter. Wo ist denn das? Hm? Blip. Haben wir hier was mehr? Geile Autos aber, ne? Die sind schon rechte Typen. Hallo? Und die mit dicken Schlippen. 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 Überstehen die Fässer kann man nicht mal ein Fass sein, wo das in die Luft geht. Und du kommst mit, jo, hängst du schlau. Guck mal, 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 ne? Ruine. Da ist auch ein Fass, ne? Da ist auch ein Fass in der Ruine. Oder ein Baustellen. Was denn? Manchmal. Da ist auch ein Fass in der Ruine. Da ist auch ein Fass in der Ruine. Eine Fass in der Ruine. Bestimmt die Richtung. Ne, aber doch weg. Vielleicht auch mal mit dem Balkon, ne? Ja. Ja doch. Tag 75. Der Tag der Abschluss. So. Elikopter, wo warst du? Da. Da. Also der Onkel hat euch jetzt mal alle gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Scheiße, möchte ich gerne mal gesagt haben. Ja bitte. Was ist denn los mit dir? Ja was, du brauchst ja zu lange. Unglaublich. Du brauchst ja zu lange, um mir mal ein neues Bier zu kriegen. Ich bin jetzt grad ziemlich froh, dass die Ladezeiten nicht so lange sind. Aber wir machen uns jetzt mal her. So würde ich sagen, machen wir uns mal hier die Waffe, und hier die Waffe, wir den. Und hier gibt es ja eigentlich auch Flugzeuge. Oh, Flugzeuge, die wir uns holen können. Nur diesen hässlichen. So, haben wir uns wieder den mit dem. Wir haben wieder den. Anfordern, da bitte hin. Bitte ausweichen, liebe Freunde, denn es kommt gleich eine Kiste. Mein Helikopter brennt. Idioten. Idioten. Wir haben einen kaputten Helikopter geschickt. Na super. Ganz toll. Ganz toll. Da fahr' wir mit dem coolen Auto hier. James Bond. Wo ist das? Wo wollte ich denn hin? Nee, da muss ich mit dem Flugzeug hin. Das ist Quatsch. So. Ähm. Ähm. Das machen wir nur Helikopter. Oh, toll. Signale benötigt. Jetzt hat man ja noch begrenzt Signale, oder was? Das war kein Signal. Was ist denn das Auto? Die sitzen da gemütlich mit dem Kaffee und dann fällt die Chefs und den. Ja, dann mach's mal. Ja, dann mach's mal. Ja, dann mach's mal, wenn so ein Container gefallen ist. Ja, guck mal, das Auto habe ich schon noch gar nicht mit meinem. Ach, das Auto habe ich noch gar nicht mit meinem. Ach, das Auto habe ich noch gar nicht mit meinem. In meiner Garage. Ne, warte nicht mal so, da gab's doch so eine Werbung und ein paar Fühle und so ein Containern auf dem Kopf. Oh Mann, damit würde ich selber gerne eine Spritztour machen. Ich such' gerade so andere Gebiet, wo schon mal. Ah, da hin. Da hin. Da hin. Na, da hin. 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 Alle Einheiten. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. alles nicht so einfach mein freund weil es nicht so einfach so durch bricht morgen machen wir den Rest ein Kilo Fleisch dann bricht es denn nicht? 4 Lagen dann ist das auch Hunger oder? der ist ein Wellner am Stück könnte man eigentlich machen oder? hat man einen dicker schneller oder 10 Minuten? ein bisschen Hunger habe ich ja noch Verstärkung ist schon unterwegs zu euch Zielperson eliminieren Brennstück hier komm geht doch mal kaputt jetzt 1 1 mein Gott aber brennt halt nicht aber brennt halt nicht da sahen wir mit Benötigkeits ah guck mal jetzt haben wir hier so eine Tonne wie ist die Lage? bitte komm also eigentlich sauber musst du mal einen von deinen Leuten dranhängen tut mir leid aber wir müssen experimentieren ja und jetzt ein Schuss dagegen ah ist schon wieder weg stoppen warum ist das Seil sofort immer weg? man ist zu schnell das läuft mit der Wasser im Mund zusammen ja ja das ist auch geil was hältst du denn von Rumsteak? das esse ich ja auch zu zeigen so leckeres als Beilage zum Beispiel Pommes oder man kann auch Bratkartoffeln aber Pommes ist am liebsten ein bisschen Kräuterbutter aber so geil so richtig fettes ein bisschen mehr als Medium also ein bisschen durch als Medium boah durcher was zum Geier ist durcher das ist eine Minute mehr in der Pfanne war als durch als durcher durcher bist du durcher oder was? Lalalalalalala Lalalalala was haben wir uns und wir haben noch ein Fladenbrot dabei boah jetzt hör doch mal auf ey da ich krieg auch noch eine Lohre aber richtig knackt ich geh mal vor diese geile leitige Fleischpackung sag mal so eine Tonne das gleich auf deinem Teller und du hast besser eine Gabel nach Rewaar du ja dann hängen Strander und dann sofort schießen und nicht so lange zögern und es wird die Carbonara kalt wieso geht das sofort weg? da kannst du keinen dranhängen oder? sobald du ein das Seil dran machst sofort weg auch daneben hehehe du kannst auch mal drauf schießen und dich dann da dranhängen dann fliegst du in die Luft oder? so als Antrieb Antrieb? ja ich finde aber keine Tonne mehr jetzt das warst du wirklich eine Tonne guck nochmal ob das vielleicht noch nicht ich bin doch schon im Geist gelaufen irgendwo am Dach sehe ich da eine so hm ich vergucke wie hätte der sein können? die Lasagne der Geschmack von der Lasagne hat mich so Dings gedicht das hat der Helm den wir vorhin im Gesicht hatten auf dem Dach guck mal da hatten wir vorhin auch so einen Helm auf das ist ein Stier jetzt ist es soweit ich mache mir meine Carabonadas wieder warm danke danke ja und dann gibt's lecker Lasagne kannst du eigentlich warm machen oder? oder brauchst du mich dazu? ich brauche die dazu echt jetzt? ne kannst du mich im live stream einmal anlassen können schmatzen den Leuten hier nichts vor ja ja wir sind nicht dabei beim Essen ja Rewano wollte dafür verantwortlich dass das Gewinnspiel da hinten losging und Rewano ist jetzt verantwortlich dass wir früher den Stream Schluss machen aber dafür bin ich verantwortlich dass er jetzt Lotte Ligret isst und so ist gut immer essen so ist es zu sagen es ist ein geiles Spiel es macht wirklich Spaß aber jetzt habe ich langsam wirklich ein bisschen äh Hunger Schnauzefall echt? ja jetzt möchte ich mal was anderes tun wöp 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 ich würde ja gerne nochmal sehen wie du an so einem Ding hängst an was für ein Ding denn du hast an einem fast was nach oben geht du machst mich fertig echt du machst mich wirklich noch richtig fertig Junge 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 dann mach doch nur noch eine vom Endehagen draufziehen ich soe warum sei ich möchte nicht kannst du eigentlich in den Tunnel sprengen? weiss ne Oh der ist im Travonata das findet er Saranara also eine Tonne entdeckt da ein Schatz oder was das ist ein Tail die der hatte die die langsam 9 was denn dann kennst du das wenn du dir das an Kurven ist ja der mach ich jetzt ich mach mich jetzt nicht mehr zu sehen du machst mich aber hungrig bei der Tankstelle Euro hier kann gewartet muss er fragen dass man bis zu da gegen Tankstelle Sion er steht dann drauf, ich wollte die Dankzüge in Ruhe sehen, wenn man das ja rauskriegt, ey bleib doch mal drauf! Tangestille! Mit innen Geschmack! Da hat er bestimmt in der Küche gerade gewesen. Marbonaro machen! Ja! Marbonamara no! Garde Banaaada! Garde Banaaada! Hast du ein Hase! Oh, du hast zum Zerstörungen, aber... Ich will jetzt nicht wieder die ganze Basis einander nehmen, ich will bloß so ein Fass finden. Ein Fass mit Bier, ähm... Lavada, Lavanda. Mal gucken, ob wir noch mal hertreffen. Da kommt sie, und? Wow! Ja, wow! Wow! Aber leider hat das nichts gebracht. Und davor? Voll getroffen! Jetzt, 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 jetzt geht's! Boah! Ein Königreich für ein paar Wochen! Geil! Richtig geil, genau! It's the pretty world! Good night! Da 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 da! Hm... 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 Wir brauchen einen... Wir brauchen einen... Die war nur weil ich selber nicht was auf der Karte ging. Hauptsache die Melodie ist so einigermaßen zu hören. Tschüss! Auf den Treckerfahrer! Ich brauch mehr Munition! Ganz sieg so... Und hier hält man so eine... Die sind so eine... Die sind so eine bestimmte Brücke. Ja, dann starten sie sich ein... Oder? Ja, da steht das. Pack mal. Die sind so eine bestimmte Brücke. Ich bin schon nicht dran. Was? Ich hab' nicht mehr Lust, wie die Stück anzufangen. Ich hab' nicht mehr Lust, wie die Stück anzufangen. Das ist doch. zum Beispiel WWE auf unserem YouTube-Kanal die sind jetzt nicht Live-Film-mäßig, sondern so aufgenommen Tausend Projekte, tausend Games und alles am feinsten aber im Moment, also dieses Jahr sind echt viele Spiele rausgekommen was wir jetzt so gekauft haben Star Wars Battlefront, zackt man zum Beispiel auch Warte, warte, warte warte, warte, warte warte, 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 warte Harte doch mal Du machst das jetzt ja dunst oder? Ah, dann Ja, ich geh doch Ich glaube aber, er ist schon gesehen zu Farben, bis da jemand da immer geflagert ist Mein Gott, schnell Mein Gott, schnell Wie dichter das, weil du hast alles weggeballert und dann hängst du dran und machst den Anfall schon an und dann hörst du an Na ja, na ja Ich hab das gehört Ja, du hast ja vorher schon dran hängen. Kann ich nicht. Ja klar. Ja. Und. Ja. Ja, ja die Fische-Moment des Tages. Let's knock it out. Hot. Duck. Life. Eure Witzform So würde ich auch mal den Lassange verbrüht Geht kaputt Kleiner Wurder Turm Stopp So haben wir ein rotes Licht Das heißt für uns da haben wir eine Granate drauf Die reicht? BAM Ja Reicht die? Ja 3 drauf machen über das denn das war echt geil wir wollen hier die ganze Zeit ein Tüten dran hängen dass er so mitgeschleift wird aber jedes Mal wenn wir so ein Ding dran machen dann löst sich das Seil wieder BAM hat wirklich eins gereicht ja stimmt da gab es noch mal so einen Film warte wir können jetzt was schießt machen oder ja ja das war doch mal so ein Märchen oder sowas sage den komm mal gesehen wo ich mit deinem Spiel und und wieso wow geil weil die Grafikdetails und alles zerplatzt ist nicht geil da kommt jetzt genau ja verbindet euch ne die so der so s die die der so die der Vielen Dank.